Es ist schön wieder, dass eine Messe stattfinden kann und natürlich freut man sich, dass man wieder alte Bekannte wieder trifft, die man vielleicht länger nicht gesehen hat. Es ist wirklich, wirklich groß. Alle Menschen kommen von überall in der Warnit und von Ägypten. Wir interagieren mit uns und lernen neue Dinge von uns, gehen zurück, apply. Ehrlich gesagt bin ich ehrlich mal froh, als junger Mensch mal wieder los zu können. Bei uns steht Stallbau an und da wollen wir uns ein bisschen informieren. Was bietet der Markt? Ich finde das einfach toll. So, it's very great. Aha. Servus liebe Mitbesucher, wir wünschen euch eine schöne Messe. Ganz viel Spaß. Hallo! Are you ready? Okay, ciao! Ciao, 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 ciao. Good fare, from Italy.